Alle Videospiele von 1970 bis in die 2000er Jahre, von allen Herstellern systemübergreifend über alle Systeme, das alles im Hosentaschenformat als praktisches, robustes Handheld und das auch noch für unter 100 Euro. Ja, das gibt's wirklich und das zeigen wir euch in diesem Video. Hallo bei DigitalX, der Plattform für Digitaltechnik und Unterhaltung. Heute steht alles im Zeichen der Handhelds. Die älteren Semester werden sich vielleicht schon noch erinnern. In den 70er Jahren begann das schon mit den sagenumwobenen Nintendo Game & Watch Spielen. Da war jeweils ein Spiel auf so einem kleinen Handheld und das wurde dann abgelöst von dem noch legendären Game Boy, ebenfalls von Nintendo. Und seitdem waren eigentlich die Handhelds nicht mehr aufzuhalten. In allen möglichen Größen, Formen und Variationen gab es sie. Ja, bis das Handy schließlich auf den Markt kam. Und das Handy hat natürlich einiges abgelöst von den Handhelds, weil natürlich auf einem einzigen Device beliebig viele Spiele runterladbar waren und die starken Prozessoren natürlich auch eine gute Grafik erlauben. Aber dem Handheld, dem fehlt ja dann doch die Haptik und die Knöpfe. Man muss alles entweder durch Bewegung oder über diese Glasscheibe steuern. Dazu sind Handys sehr teuer und aus Glas und die kann man nicht einfach so robust behandeln, wie man das mit einem herkömmlichen Kunststoffhandheld machen würde. Ja, und die eigentlichen Handhelds, die gibt es noch vereinzelt von Nintendo. Die Nintendo Switch ist momentan natürlich sehr erfolgreich, aber als Hybrid zwischen Konsole und Handheld auch sehr, sehr teuer. Und da gibt es noch die Reste von Sony, wie die Vita. Aber insgesamt ist der Handheldmarkt doch sehr überschaubar und die Spiele auch sehr, sehr teuer. Und wie gesagt, die Handys eigentlich auch kein hundertprozentiger Ersatz. Ja, und da wird der ein oder andere sich sagen oder davon träumen, vielleicht doch so ein klassisches Handheld zu haben, mit dem man fast alle Systeme, die es bisher gab, abdecken kann. Und vielleicht sogar auch die ganzen Heimspielsysteme und Videokonsolen. Und das gibt es tatsächlich. Und zwar von einem chinesischen Unternehmen, das da sehr pfiffig ist. Und zwar Anbernic. Und Anbernic hat schon in der Vergangenheit Handhelds herausgebracht. Und die funktionieren auch schon sehr gut. Jetzt ist allerdings die allerneueste Version draußen. Und zwar die RG351P mit einem sehr leistungsfähigen Prozessor. Seit wenigen Wochen auf dem Markt. Ja, und das System von diesem Handheld ist sehr, sehr einfach. Manche kennen das vielleicht. Auf PCs gibt es diese ganzen Emulatoren. Mame zum Beispiel. Damit kann man alte Arcade-Spiele emulieren. Oder Retro Arc. Das ist so eine Art Emulationsplattform. Da kann man inzwischen praktisch für jeden Heimcomputer und für jede Spielekonsole Emulatoren herunterladen. Und mit entsprechenden ROMs auch spielen. Das beginnt bei alten C64 und Amigas oder eben auch Arcade-Spielen. Geht über Nintendo, Super Nintendo, Playstation bis hin zu modernen Systemen wie Dreamcast, Nintendo 64 und so weiter und so fort. Das konnte man bisher immer auf dem PC spielen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber so ein PC kann man ja schlecht unter den Arm klemmen und mitnehmen. Aber durch diese immer leistungsfähigeren Prozessoren kam das jenische Unternehmen Anbernic auf die Idee, das einfach in so einen Handheld zu bauen. Das ist also ein Linux-basierendes Handheld mit extrem leistungsfähigem Prozessor. Und auf diesem Handheld ist einfach diese ganze Emulationssoftware vorinstalliert. Und somit hat man tausende von Spielen schon jetzt direkt beim Kauf dabei und kann die auch noch beliebig erweitern. Wir schauen uns das mal im Detail an. Das ist also das Handheld selber. Die Spiele werden alle auf einer SD-Karte gespeichert. Die ist hier unten eingesteckt. Das ist eine 64 GB SD-Karte, die mitgeliefert wird. Eine Micro-SD-Karte. Und da sind, wie ich gerade schon gesagt habe, schon sehr, sehr viele Spiele drauf vorinstalliert. Das ganze Gerät gibt es so mit den vorinstallierten Spielen. Und vorinstallierten Spielen rede ich jetzt hier von Arcade-Klassikern, von Nintendo-Spielen wie Super Mario Kart, Super Mario Brothers, Playstation-Spielen wie Gran Turismo und so weiter. Die sind ja alle schon mit im Lieferumfang enthalten. Das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert. Das kann man so auf Amazon kaufen. Ganz ohne Widersprüche. Und soweit das Handheld mit im Lieferumfang enthalten, ist natürlich ein Ladekabel. Das ist ein USB-C-Kabel. Das kann man an jedem 5 Volt Netzteil dann anschließen. Lädt recht schnell. Und eine Akkuladung hält, das habe ich selber schon getestet, wirklich für 5 bis 7 Stunden durchgehende Zockerei. Also da kann man wirklich unterwegs, muss man sich da keine Sorgen machen, dass einem der Saft ausgeht. Ebenfalls mit dabei ein USB-Adapter mit einem WLAN-Dongle. Bei der ersten Version war das WLAN eingebaut. Das hat aber irgendwie Interferenzen gegeben. Jetzt bei der neuesten Version ist dieses WLAN-Dongle extern. Und wenn man das hier einsteckt, es gibt zwei USB-C-Anschlüsse tatsächlich, dann ist das Gerät tatsächlich, kann man das im heimischen Netzwerk anmelden und darauf Spiele kopieren. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Ja, und dann, das finde ich auch sehr löblich, so ein Handheld wird ja wahrscheinlich viel strapaziert. Da hat man tatsächlich noch einen Screen-Protektor, und zwar tatsächlich einen aus Echtglas. Den hat man tatsächlich noch mitgeliefert. Das heißt, man kann direkt einen Screen-Protektor passgenau hier drauf machen und dann schont man das neu erworbene Stück von der ersten Minute an. Ja, soweit der Lieferumfang. Das Ganze kostet, wie gesagt, keine 100 Euro. Ich glaube, der aktuelle Preis liegt so bei um die 90 Euro. Und was man für 90 Euro jetzt wirklich erwarten kann, ob das Gerät hier wirklich praktisch alle Spiele, Konsolen und Handhelds der Geschichte erfolgreich emulieren kann, das schauen wir uns jetzt im Praxistest an. Das ganze Handheld macht wirklich einen sehr robusten Eindruck. Es ist ja aus Kunststoff, aber das ist gerade beim Handheld ja auch von Vorteil. Das spart Gewicht. Das liegt angenehm in der Hand, ist nicht sehr schwer. Sehr schön sind diese gummierten Flächen auf der Rückseite. Dann ist es auch sehr griffig, obwohl es aus Kunststoff ist. Und ja, alles in allem eigentlich eher ein sehr, sehr hochwertiges Handheld von dem ganzen Gefühl her. Die Tastenbelegung auch für alle Spiele gewappnet. Wir haben vier Schulterknöpfe, hier auch als Mikroschalter. Man hört das schöne Klacken, als Mikroschalter ausgeführt. Dann haben wir auf der linken Seite einen analogen Steuerstick. Da drüber klassisches Steuerkreuz. Auf der rechten Seite ebenfalls einen analogen. Und natürlich die obligatorischen vier Tasten. Natürlich dann noch Start und Select, wie man das von den üblichen Gamepads kennt. Unten sind die beiden Stereo-Lautsprecher. Auf der rechten Seite ein Lautstärkeregler. Das gefällt mir besonders gut. Das ist auch noch richtig schön analoger mit so einem kleinen Zahnrädchen. Da kann man live direkt die Lautstärke anpassen. Sehr praktisch. Der An- und Ausschalter und unten nochmal ein Reset-Knopf. Und oben neben dem Wireless-USB-C-Stecker auch noch ein zweiter USB-C zum Aufladen. Bei dem Handheld handelt es sich ja um einen kleinen Computer. Basierend auf einem Linux-Betriebssystem. Das heißt, wenn man den jetzt angeschaltet hat, dann bootet das auch. Das geht aber sehr, sehr schnell. Der Bootvorgang ist jetzt in Aktion. Und nach ungefähr fünf bis zehn Sekunden. Wir warten noch. Jetzt geht's los. Da liest man schon Emulationsstation. Und schon ist man im Hauptmenü. Ja, das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Wie ich ja eben schon gesagt habe, Emulationssoftware, Retro-Arc und so weiter. Das klingt ja eher nach Frickelei. Aber dem ist nicht so. Man schaltet das Gerät an und schon kann man hier Nintendo DS spielen. Und dann geht man einfach hier mal in diese Kategorie rein. Und dann sieht man schon diverse Nintendo DS-Spiele. Das fängt an hier mit Super Mario, Mario Kart, FIFA Soccer. Aber man sieht ja schon, das geht hier. 28 Nintendo DS-Spiele sind direkt ab Werk drauf. Ja, und wenn man weitergeht, dann haben wir hier auch andere Systeme. Wie zum Beispiel Final Burn Neo. Mame, das sind die Arcade-Spiele. Wonderswan, also auch Geräte, die sehr exotisch sind. Hier für Capcom-Spiele. MSX-PC-Engine. Manche kennen das vielleicht auch noch sehr, sehr lange her. Nintendo. Gameboy. Super Nintendo. Nintendo 64. Gameboy Color. Gameboy Advance. Ich gehe jetzt hier nochmal rein. Auch hier sieht man. Super Mario Kart für Gameboy. Advance. Sonic. Und so weiter. Dann weiter. Genesis. Genesis kennen vielleicht auch noch welche. Mega Drive. Game Gear. Hier haben wir Mega Drive. Dreamcast sogar. Neo Geo. Für Prügelspiele sehr interessant. Neo Geo Pocket. Ja, es gab auch mal einen Playstation. PSP. Ja, also man sieht, die Auswahl ist unbegrenzt. Und das ist, wie gesagt, die Grundkonfiguration von diesem Gerät. Nun kommen wir endlich zum Spieleteil, auf den ich mich besonders gefreut habe. Wir beginnen mit Marme. Schon auf der 64 GB SD-Platte ist natürlich genügend Platz, um tatsächlich alle Arcade-Spiele, die es je gab, unterzubringen. Man kann aber tatsächlich auch diese 64 GB Karte durch eine größere ersetzen, bis 256 GB. Und dann bekommt man natürlich wirklich alle Spiele dieser Erde, die eben aus diesen letzten Jahrzehnten sind, unter. Ja, aber starten wir endlich mit dem Spielen. Wir gehen ins Marme-Untermenü und suchen uns das Spiel aus. Hier sind schon, wie gesagt, jede Menge drin. Starten wir einfach hier mit dem Klassiker Pac-Man. Das kennt, glaube ich, jeder. Und jetzt startet er das Original Pac-Man. Und das wissen vielleicht jetzt die meisten spontan nicht. Pac-Man war im Original ein vertikales Spiel. Das heißt, der Monitor, das war oft bei vielen Arcade-Geräten, der war senkrecht gedreht. Und das ist das Witzige. Man kann bei diesem Handheld sowohl natürlich das Spiel auch horizontal benutzen. Man kann auch einen Vertikal-Modus aktivieren. Und dann ist das Spiel wie im Original vertikal. Und wenn man jetzt hier Geld einwirft mit der Select-Taste und das Spiel startet, dann hat man tatsächlich das Original Pac-Man, den Original Source-Code. Das heißt, das ist wirklich eins zu eins der Original Game-Klassiker. Und wenn man vertikal, dann kann man hier unten links steuern und sich so durch die Levels futtern. Von der Spielhalle gehen wir direkt auf die Handhelds. Für Handhelds, ich habe es schon erwähnt, Nintendo, eine Marke wie keine. Game Boy, Game Boy Color und auch der Game Boy Advance. Den haben wir uns jetzt hier mal ausgesucht. Gehe ich einfach mal ins Menü an und wer an Nintendo und Game Boy denkt, der denkt natürlich auch sofort an Mario oder Super Mario. Und hier haben wir auch schon die Super Mario-Spiele. Super Mario Advance, das rufe ich jetzt auch mal auf. Da können wir mal gucken, wie schnell das Spiel startet. Das dauert in der Regel nur wenige Sekunden. Und schon hat man praktisch ein Game Boy Advance vor sich. Eins zu eins. Mit Super Mario Advance. Das kann man hier wieder... Ja, und jetzt starten wir mal. Singleplayer. Natürlich nehmen wir Mario, wie sich das gehört. Und schon geht's los. Ja, und hier sieht man direkt, das läuft alles super flüssig, wie ein echter Game Boy Advance. Man hat da wirklich keine Unterschiede. Man kann sogar das Display auch konfigurieren, wie es die Auflösung darstellt. Alles super flüssig, nichts ruckelt. Als hätte man ein Game Boy Advance vor sich. Überhaupt kein Problem. Schönes Display, sehr hell. Perfekt. Soweit ein Handheld-Game, aber das System kann ja auch echte Spielekonsolen simulieren. Und wenn man an Spielekonsolen denkt, denkt man in der Regel zuerst an die Playstation. Ja, und hier haben wir auch natürlich ein Menü, Playstation 1. Und rufen das mal auf. Gran Turismo. Und starten mal Gran Turismo. Ist ja eigentlich ein relativ aktueller Titel. Und dann verwandelt sich das kleine Handheld in eine Playstation. Da geht's schon los. Die Ladezeiten, wie gesagt, teilweise schneller als auf den Originalkonsolen. Jetzt starten wir den Arcade-Modus. Single Ways. Normal. Komplett durch. Strecke. Jetzt lädt ja die Originalkonsole von CD. Das Handheld lädt von der SD-Karte. Und schon sind wir mitten im Spielen. Ja, und auch hier. 1 zu 1. Playstation Feeling. Die Tasten. Strecke. Wie auf der Spielekonsole. 1A. Immer eine Playstation in der Tasche. Kritiker, wir sagen, das sind ja jetzt alles sehr, sehr alte Systeme. Gibt's auch was Neueres. Da hier ein echter Quad-Core-Prozessor verbaut ist, haben wir hier tatsächlich sehr viel Leistungsfähigkeit. Und kaum ein Handheld hat die neueren Konsolen, sprich Nintendo 64 oder Dreamcast, wirklich adäquat abbilden können. Und das können wir jetzt hier mal ausprobieren. Ich gehe ins Dreamcast-Menü. Und auch da wählen wir einen Klassiker, der ab Werk aufgespielt ist. Sonic Adventure. Und jetzt bootet wieder der Emulator. Und dann sind wir mitten im Sonic Adventure. Und auch hier sieht man, das Original-ROM wird abgespielt, das Boot-Logo von der Dreamcast. Was auch schön ist, alle Spielstände können auf dem Gerät abgespeichert werden. Da gab es ja zum Beispiel bei Dreamcast extra eine Speicherkarte, aber die wird natürlich auch komplett emuliert und dann auf der SD-Karte mit abgespeichert, sodass alle Spielstände erhalten bleiben. Oh ja, jetzt geht's direkt in die Action. Der analoge Stick. Dreamcast hatte ja schon eine analoge Steuerkreuz. Funktioniert einwandfrei. Framerate ist sehr gut. Hier und da gibt es ein paar Hänger. Ganz 100% Dreamcast-Leistung wird nicht erreicht. Aber auf jeden Fall flüssig genug zum Spielen. Keine groben Hänger. Und man kann ja tatsächlich, sehr beeindruckend, wie dieser Emulator tatsächlich auf diesem kleinen Gerät arbeitet. Ja, wie bereits erwähnt, sind natürlich viele Spiele ab Werk bereits vorinstalliert. Aber vielleicht ist gerade das Spiel, das man spielen möchte, nicht dabei. Gerade bei den größeren Titeln von den neueren Konsolen, also diesen CD-basierenden, sind da doch relativ wenig Spiele drauf, weil die ja auch schnell mal ein paar 100 MB haben. Ja, und diese Spiele lädt man also anschließend hoch. Da gibt es auf diversen Plattformen, sogenannten ROM-Plattformen, praktisch alle Spiele zum Download. An dieser Stelle sei aber natürlich erwähnt, dass man das Originalspiel möglichst besitzen sollte, um diesen Download auch legal zu rechtfertigen. Das ist ja alles eine gewisse Grauzone. Da wollen wir auch kein, weder die eine Richtung noch in die andere jetzt Stellung beziehen. Da muss jeder natürlich sich vorher genau informieren. Ja, aber wenn man jetzt so ein Spiel heruntergeladen hat, macht man in der Regel auf seinem heimischen PC, da muss man das noch auf diese kleine Konsole bringen. Jetzt kann man natürlich einfach die SD-Karte herausnehmen und in den PC stecken. Dabei muss man nur berücksichtigen, dass es sich bei dieser SD-Karte ja nicht um ein Windows-System handelt, sondern um ein Linux-System. Je nach Konfiguration des PCs erscheint da die Dateistruktur nicht unbedingt direkt. Es gibt aber Programme, mit denen man das dann umkopieren kann. Und in unserem Begleittext, den man wie immer auf unserer Webseite www.digital-x.de findet, da haben wir die wichtigsten Programme und auch die interessantesten Links für Seiten, die sich hier mit Tipps und Tricks beschäftigen, alle verlinkt. Und eben auch diese Tools, wo man das eben drauf kopieren kann. Wer eben nicht die SD-Karte jedes Mal herausnehmen will und in den PC einstecken will, der kann das Ganze auch über WLAN machen. Wie schon gezeigt, dann steckt man das WLAN-Dongle an und dann braucht man praktisch nur noch so ein Transferprogramm. Meldet also das Handheld im Netzwerk an und dann kann man über so ein Transferprogramm tatsächlich direkt, ohne dass man die SD-Karte rausnehmen muss, von dem PC die Daten übers Netzwerk hier hochschicken. Man kann natürlich auch Spiele, die man nie spielt, löschen und so weiter und so fort. Und auch hier zeigen wir das Übertragungsprogramm in unserem Begleittext auf digital-x.de. Ja, nachdem wir uns nun über mehrere Tage viele, viele Stunden mit dem kleinen Anberneck RG351P vergnügt haben, können wir feststellen, dass dieses Handheld dank seiner sehr guten Verarbeitung, seines leistungsfähigen Prozessors, seines guten Displays, seiner guten Akkulaufzeit und vor allem seines sehr stabil laufenden Betriebssystems wirklich für uneingeschränkten Handheld-Spielspaß über alle möglichen Systeme und ja eigentlich so alle möglichen Jahrzehnte der Videospielgeschichte bietet. Ja, unser Fazit fällt dementsprechend klar und kurz aus. Von uns gibt es eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für alle Fans von Handhelds und Spieleklassikern. Ja, damit sind wir schon am Ende dieses Videos. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, liked dieses Video und geht vor allen Dingen auf die www.digital-x.de-Seite. Dort findet ihr zu allen möglichen Themen auch in Schriftform, Zusatzinformationen auch zu diesem Gerät hier, aber auch zu vielen anderen Themen rund um die digitale Welt, die uns umgibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Eki Schmidt.